Öffentlichkeit. Oder besser gesagt, was ist Öffentlichkeit? Damit beschäftigt sich das folgende Video. Mit zwei Aspekten, die die neue Öffentlichkeit ausmachen könnten. Nämlich ein niederschwelligerer Zugang in die Arena des Austauschs, wie Anni Walther es nennt, und die Möglichkeit der Vernetzung. Fest steht, digitale Öffentlichkeit ist in einem großen Strukturwandel. Das hat große Bedeutung, nicht nur für den Journalismus, sondern damit auch für unsere aller Wahrnehmung dessen, was öffentlich ist. Was bedeutet denn der Begriff der Öffentlichkeit für Sie? Und wie öffentlich leben Sie? Im ersten Teil haben wir uns mit sozialen Medien beschäftigt, was Sie sind und was wir damit tun. Jetzt im zweiten Video möchte ich mit Ihnen den Begriff der Öffentlichkeit klären, bevor wir dann später beide Aspekte zusammenbringen. Woran denken Sie, wenn Sie den Begriff Öffentlichkeit hören oder öffentlich? Das ist ein Bereich, zu dem alle Zugang haben. Es ist auf jeden Fall nicht privat. Aber wie kann man den Begriff Öffentlichkeit definieren als Kommunikationswissenschaftlerin oder Soziologe? Ich habe Ihnen hier eine Definition mitgebracht von Gerhards und Neidhardt, die das zusammenfasst, was so allgemein in der Öffentlichkeitssoziologie heutzutage unter Öffentlichkeit verstanden wird. Und zwar handelt es sich da um ein Kommunikationssystem, das prinzipiell für alle Mitglieder einer Gesellschaft offen und auf Laienorientierung festgelegt ist. Das heißt, Öffentlichkeit ist eine Sphäre, kann man sich abstrakt vorstellen, zu der jeder, jede in der Gesellschaft Zugang hat. Und wir besprechen und diskutieren dort Themen und Anliegen von allgemeinem Interesse. Es gibt ein Modell oder auch eine Metapher in der Öffentlichkeitssoziologie, die sehr einflussreich geworden ist, um Öffentlichkeit zu modellieren. Und das sind die Arena-Modelle. Und in der Tradition dieser Modelle wird Öffentlichkeit als Forum verstanden, beziehungsweise eine Arena. Sie können sich das Bild einer alten römischen Arena in Erinnerung rufen. Und in dieser Arena konkurrieren verschiedene gesellschaftliche SprecherInnen und Sprecher um die Aufmerksamkeit des Publikums. Und das Publikum sitzt in dieser Arena auf den Rängen, ja, und kann applaudieren, kann auch das Stadion oder das Forum die Arena verlassen, wenn es sich langweilt oder ihm nicht gefällt, was es sieht. Und Sie merken, das ist schon eine Vorstellung, die sehr stark der traditionellen massenmedialen Öffentlichkeit entspricht. Und nach dieser Öffentlichkeitssoziologie gelten auch Massenmedien tatsächlich als das größte Forum und die höchste Ebene traditioneller Öffentlichkeit. Wichtig bei diesem Arena-Modell ist auch, dass es Zugänge zu dieser Arena gibt, ja, und die werden kontrolliert. Das heißt, es kann nicht unbedingt jeder jetzt in den Arena teil und laut zum Publikum sprechen, sondern ExpertInnen, JournalistInnen, Medienakteure bestimmen, wer denn jetzt überhaupt sozusagen auf die Bühne darf und eine Stimme bekommt, die in der weiten Öffentlichkeit gehört wird. Und wenn Sie jetzt überlegen, was ich eben über soziale Medien gesagt habe, welche Funktionen soziale Medien eigentlich, ja, jedem und jeder in der Gesellschaft heute bieten, was sie ermöglichen, dann können Sie sich schon vorstellen, dass dieses traditionelle Modell von Öffentlichkeit, diese Vorstellung der Arena mit sogenannten Gatekeepern, die bestimmen, wer jetzt da eine laute Stimme bekommt, nicht mehr so ganz passt. Was hat sich geändert im Vergleich zur traditionellen massenmedialen Öffentlichkeit? Also dieses Arena-Modell passt sehr gut zu einer Medienöffentlichkeit, wie Sie sie vielleicht vom Fernsehen oder von der Zeitung her kennen, ja, und Sie sagen vielleicht, okay, Öffentlichkeit, das klingt so abstrakt und so weit weg, das ist vielleicht, wenn Armin Wolf in der ZIP2 mit PolitikerInnen spricht und sie interviewt und diskutiert oder findet vielleicht in Talkshows im Fernsehen statt oder wenn Sie die Zeitung aufschlagen. Aber, ja, wenn Sie jetzt überlegen, was ermöglichen Ihnen soziale Medien oder es fängt auch schon an, wenn Sie an Online-Zeitungen denken, vielleicht ein Standard und das Forum, was Sie dort haben, da können einfach LeserInnen und Leser auch selbst Artikel kommentieren und sich somit in die öffentliche Debatte einschalten. Das heißt, soziale Medien verändern die Struktur eigentlich der Öffentlichkeit. Wir haben einen ganz tiefgreifenden Strukturwandel der Öffentlichkeit durch soziale Medien. Wenn Sie nochmal an die Arena denken, ist es so, dass wir jetzt ganz geringe Zugangsschwellen haben zu der Arena. Das heißt, jeder, der im Publikum auf den Rängen sitzt, kann auf einmal in die Arena kommen, auf die Bühne kommen und selber sprechen und versuchen, Gehör zu finden. Wir haben nicht mehr so starke Kapazitätsgrenzen, ja. Also die Zeitung ist irgendwann voll und gedruckt, aber im Internet gibt es solche Grenzen nicht und Sie kennen das, wenn Sie selber sich die Accounts und Ihren Newsfeed auf Ihrer Lieblingsplattform anschauen. Das ist eine endlose Flut an Informationen. Sie können scrollen, bis Sie müde sind und es findet sich kein Ende. Also wir haben keine Kapazitätsgrenzen. Das heißt, die Arena ist viel, viel offener geworden. Wir haben nicht mehr diese Zugangskontrolle, diese Rolle der Gatekeeper und dadurch haben wir eine viel größere Zahl und Vielfalt auch derjenigen, die in der Arena sprechen können. Und wir haben mehr Möglichkeiten, uns tatsächlich zu vernetzen. Also die Netzwerke zwischen NutzerInnen werden gerade durch und in sozialen Medien viel sichtbarer. Also wir können sehen, wer folgt wem und wie bilden sich da verschiedene Netzwerke. Also Sie sehen, es ist wirklich ein tiefgreifender Strukturwandel der Öffentlichkeit, den wir da erleben. Und man muss aber dazu sagen, dass die Tatsache, dass jeder und jede sich an Öffentlichkeit wenden kann über soziale Medien, natürlich nicht bedeutet, dass jeder das tut und auch nicht, dass jeder ungefähr gleich viel Gehör bekommt. Also noch einmal zusammengefasst, die Offenheit der öffentlichen Arenen und auch die Möglichkeiten der Vernetzung, die sie bieten, also gerade über soziale Medien, das sind die zwei wesentlichen Aspekte, die digitalisierte Öffentlichkeiten ausmachen und den Strukturwandel der Öffentlichkeit, den wir gerade erleben. Und in den nächsten beiden Videos schauen wir uns an, was diese Aspekte jetzt konkret für unser digitales Leben bedeuten. Und in den nächsten beiden Videos schauen wir uns an, was diese Angelegenheit ist,